Marius auf diesem Stream, auf diesem Screen jetzt gerade, oder nicht du? Ich bin halt, äh, besser. Schon ahead. Es ist schon ahead of time. Okay, let's go. Ich bin gespannt, wie sehr Marius jetzt so Energie hat. Oder ob er sagt, oh fuck, das hat mich alle in meine Energie gekostet. Ich war so nervous, ich shake, ich kann nicht mehr. Geupsellt werden, zackt, das stimmt. Und, aber, andererseits hat man immer einen Homie, oh, da ist der, oh mein Gott. Das Kraftschild, hehehe, isst du dein Gemüse, now you, nice, oh schade. Oh, nice, absolut, in einem Best-of-One-One-Stalk-Game hätte Marius jetzt gewonnen. Aber in diesem Szenario sind wir equal. Wie ist das, Yoshi ist ein Stalk, zwei Minuten oder so? Imagine. Oh, die Waschmaschine, bonk, 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 bonk. Einmal das Bongo-Ensemble gebucht. Oh, der ist super Double-Grab-Man. Die Staircase, oh, so sick. Da waren einfach viel zu viele Grabs involviert in diese Kombo. Mies. Dennis Power shieldet den Fox-Laser, kann nicht absichtlich gewesen sein, viel zu absurd. Nein, der macht es absurd. Ja, der hat gerade eben noch das andere. Ja, das ist okay. Trotzdem viel zu absurd. Dennis im Moment leveling. Dennis ist in der Matrix. Er ist wirklich in der Matrix. In der Gamecube. Oh, 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 oh. Geplayed wie ein Fiddle. Alter. Gelesen wie einen guten Roman an einem Herbsttag, wo es regnet. Oh. Das Schild. Was Dennis ja bekanntlichermaßen nicht so schön findet. Dennis gegen Herbst. Was ist aber Dennis Lieblingsjahreszeit? Dennis ist einfach gegen Jahreszeiten. Ich finde, war doch gegen Jahreszeiten. Alles, was nicht Raumtemperatur und trocken ist, ist richtig kacke. Ich finde eigentlich sogar Frühling besser als Sommer. Echt? Ich finde Herbst cooler als Frühling. Neuerdings ist Sommer viel zu heiß. Das ist true, aber dieser Sommer war nicht so tragisch. Ja, aber trotzdem. Richtig heißer Sommer ist nicht. Ich finde Sommer richtig sinnvoll. Manchmal schon, ne? Auch wenn es viel zu heiß ist, ich mag das. Wenn du den ganzen Tag in der Sonne bist, super sick. Hingegen, wenn du den ganzen Tag irgendwie Eventmanagement machen musst, so wie Dennis, so verstehe ich das auch. Dann ist es kacke, wenn es regnet. Diese Down Swashes, dass die immer, entweder Dennis Combo gut da rein, aber er hat immer so einen Hit davor. Und ich glaube, es sind mehr so Setups als Combo. Die Down Swash macht so viel Spaß. Ja, einfach in dieser, der hat schon wieder gemacht. Der Power Shield einfach den Fox Laser. Richtig unnötig. Ich glaube, Dennis hat die Hälfte einer seiner Prozente aus Down Swash. Das ist so crazy. Aber, wir sind ready, dieses Game auf einen One Stock Each zu verkürzen mit einem letzten Yes! Edge got richtig sick von mir. Let's go, Marius! Okay, bisschen awkward Rolle am Ende der Stage. Yes! Oh! Was? Amadiert. Oh, der Grab war sick. Okay, immerhin nur Abwehr, nix. Oh, Battlefield, why you do this to us? Aber das heißt, das Game wird einfach nur noch spannender. Third kann ich fassen, das Battlefield. How can she fall? Wenn keiner spielt, dann in Franzis hat das alle gucken zu. Alle haben Bock auf dieses Match. Blup! Oh, der Down Tilt war so richtig cool gedacht. Marius ist immer schon so geile Ideen. So, das ist jemand, der spielt nicht... Marius kauft sich auch so nicht Klamotten von der Stange, glaube ich. Marius ist so jemand, so... Ey, sorry, kannst du mir da vorne den Stoff schneidern in einen Poncho? Nee, er macht das selber. Ja, ja, genau, oder so. Oder er ist so, gib mir bitte diesen Sofa. Ich brauche einen neuen Pulli. Oh, sniped. Ein Back-Air. Hast du das GIF neulich auf Twitter gesehen, dass die Hitbox von Peach's Back-Air, wo das der Po tatsächlich so wobbelt, die kommt so raus und es macht so... Eigentlich ein Grund, Peach als Secondary anzuführen. Okay, wir sind wieder evil. Let's go. Show me how it's done. So eine Aggro-Fair. So eine Fair, wo Fox alle seine vier Gliedmaßen einfach dem Gegner entgegenschleudert und hofft, dass irgendwas Damage macht. Wird kurz zu so einem Oktopus. Das ist halt eine elegantere, chic F-C-A. Ja, wirklich. Okay, ein bisschen Projector-Game in der Mitte der Stage. Marius kann man... Uh, das war krasse Interaktion. Man kann niemandem vorwerfen, dass er so nicht Patience hat. Marius ist krass patient, Dennis auch. Das war ein schöner Grab. Oh, er kommt nicht nah genug ran für irgendeinen Follower. Crazy. Das war auch bei 50% des Speech weit genug weg. Nice. Can't Smash the Eye wirklich even. Hälfte des Games gespielt. Wir sind extremst even. Oh, das war so krass. Noch so kurz vom Boden, einfach noch so rausgenommen aus der Luft und dann Downsmash. Bom, bom, bom. Einfach 36%. Und Laser haben bestimmt 10 Stück getroffen, 10% gemacht. Nice. Oh, schade. Nicht in die Drill-Shine-Kombo geführt. Oh, schön hinten von der Plattform wieder runtergezeigt. Oh, der softeste of Bears. Du triffst so einen Grizzly im Wald und der ist einfach so turbo-soft. Let's go. Nice. Oh, Tournament-Winner. Oh, Shield gegen fucking Downsmash. So sick. Pff. So lange an der letzte geworden. Einfach so der letzte. Let's go, Sakurai. Shoutout an Sakurai. Aus dem Himmel greift eine Hand und nimmt Peach beim Schlawittchen. Okay, wir sind wieder eben. Last Game, zero percentages. Nicht last game, last stock. Oh, mein Gott. Irgendjemand macht zicke Sachen auf anderen Setups. Oh, Dennis mit der 101%. You're trying to get dein Martina-Kombo? No. Dennis mit dem Deny. Beides Heartbreaker-Games. Machen Sie das ein bisschen böse. True, 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 true. Dennis nicht umsonst Hype. Der Chat kann es nicht fassen. Niemand typt mehr. Alle sind so, fuck. Okay, Game 3. 2-0 für Peach. Aber die Interaktionen erzielen eine andere Geschichte. Man sieht, dass es doch echt brutal knapp ist. Und das ist geil. Mario ist richtig aufs Laser-Game zurückgegangen. Hat eigentlich im Prinzip jetzt schon 50% gemacht. Und die Hälfte davon sind mindestens Laser. Oh, guter Grab. Aber kein Tech. Und deswegen abhör... Rausgeschalten, let's go! Das ist mein Stock. Kann er das edgegarnen? Das ist überhaupt nicht leicht. Ja. Einmal raus mit ihm. Aber jetzt kommt wieder. Kommt wieder. Leider wieder an Höhe gewonnen, weil es dumm ist. Okay. Und nochmal. Dennis versucht schnell zu sein. Und nochmal. Fun Fact. Landing mit dem Parasol geclosed sind irgendwie 4 Frames. Landing mit dem Parasol open sind irgendwie 25 Frames landing lag. Das ist völlig absurd. Der muss das mal zumachen. Never do. Gut, ja, sie landet und sie ist erstmal so. Oh, erstmal wegstecken. In den Regenschirmhalter. Dennis ist einfach so persistent. Nicht tot. Aber 140%. Jeder kleine Pups müsste eigentlich zum Stock führen. Aber auch Fox mittlerweile bei über 100. Und trotzdem nicht. 160%. Das ist ihm scheißegal. Oh, schöner Versuch. Nochmal Full-Up-Back-Air. Und wieder der Schein. Wieder der Doppelschein. Und das müsste es eigentlich gewesen sein, wenn er richtig rollt. Yes! Marius, let's go, Marius, ahead. Mal sehen, wie lange, wenn man sich mal so ein Stock-Lead rausmogeln könnte. Weil das ist leider immer ein bisschen schwierig gewesen. In letzter Zeit gleichen sich doch die Stocks relativ direkt wieder aus. Aber, guck mal hier. Da haben wir auch schon eine Kombo. Was ist das denn? Ey, wenn das raus zum Beispiel Eid war, war das so instant. Ich hoffe nicht. Ich hoffe es für Dennis. Okay, okay. Wieder PowerSheets. Das sind nicht meine 2%. Das ist dein 1%. Okay. Jawohl, der letzte Hit vom Drill trifft, aber dann ist die Waschmaschine wieder an. Kommt, Schleudergang. Ja, genau. Oh, sorry. Du bist auf der anderen Seite des Stage. Oh, Scheingrab trifft leider der Schein und nicht der Grab. Ärgerlich. Ja, ja, da hat er Angst. Da hat er Angst, dass er wieder einen auf den Kopf kriegt vom Turnip. Das ist ein gutes Turnip-Timing, wo der Turnip genau ankommt, wenn die Invincible vorbei ist an der Letch. Und Dennis immer mit diesen absurden Tag-Sachen, die kein Mensch weiß und kein Mensch macht. Nur er. Auch übrigens mag ich nochmal dem Stream davon erzählen, dass Dennis heute, nice, Ausgleich, heute eine 99,2%ige Wave-Dash-Onkel-Punch-Rating hatte. Was wirklich... Also wenn ich einen Wave-Dash zu 99,2% hinkriegen würde, dann wäre ich schon zufrieden damit. Aber ja, das war über mehrere Minuten. Uh. Die Peach-Kombo. Aber er findet die Letch. Krasser Engel. Und Side-B rettet ihn immerhin. Und auch wenn er prozentmäßig hinten liegt, das ist wieder ein Even-Game. Das sind wieder die Full-Hub-Arials, die von Fox-Komben. Schön. Diesmal nicht. Ja, diesmal der Versuch mit Upside-Stick-Kombo zu wenden. Okay, geil. Yes! Na, gesneakt! Und jetzt ist es das erste Mal, dass Marius richtig vorne liegt und vielleicht die Chance hat, was rauszumachen. Banane mit dem F-Wort. Oh. Schlechter Trade. Nice. Firefox kümmert sich um den Turn-Up, sagt Nope. Und er wollte wieder die... Roasted. Oh! Das war sick. Schön gemacht. Wirklich schön gemacht. Marius, richtig cool. Richtig cool bleiben. Einfach nicht aufs Deck. Living. Schön drüber, Side-Beat. Und wie Schest-Diet. Krass. Der Dennis. Okay. On the Board. Und wir gehen zu Traumbrunnen. Shoutouts an Joret, die mich gerade informiert hat, dass ich ihr nur den Stream geschickt habe, weil sie denkt, dass ich will, dass sie sieht, dass alle meine Stimme schön kriegen. Ja, aber das Game ist doch voll spannend, oder nicht? Ich freue mich, dass du da bist und zu guckst. Uh, Back-Air. Zerstört. Oh. Der Kürbis auf dem Boden. Das ist so krass. Der Dash-Through-Grab ist einfach sick. Yes. Und eine Back-Air-All-Over-Situation. Nice. Am höchsten Punkt auf dieser Stage noch mit dem zweiten Fuß erwischt. Und wieder Even. Da hat ein Schein gefehlt. Schade. Oh, der Double-Jump ist gefährlich. Jawohl. Alles kommt immer von oben. Nice. Okay. Ist das ein Joke? Der Up-Smash. Der Finisht sogar auf dieser Stage. Die er bekanntlichermaßen richtig. Willkommen im Melee-Universum. Für alle von Özgis-Förerinnen, die ja offensichtlich wissen, was Melee ist und worum es hier geht. Wir sind gerade bei einem richtig spannenden Game, wo Marius um sein Tournament live kämpft, aber vorne liegt gegen Dennis. Und gerade, wo ihr ankommt, ist es richtig Even. Marius mit dem Fox gegen Dennis mit Peach. Und das Gefährliche, was wir gerade sehen, ist... Tag Eske, was geht. Hatte dir einen tollen Stream gehabt. Ah ja, ich hoffe, der Stream war gut. Danke für den Rate. Oh, die Up-Air, aber nicht genug auf dieser Stage. Okay, okay, aber nochmal. Marius heute mit den Sharks. Marius snackt sich Peach aus der Luft mit dem Up-Smash. Eieieiei. Ja, das ist eins dieser Killerspiele. Ja, das ist eins von dem gewalttätigen Partyspiel von 2001. Was ihr mitbekommt, ist eigentlich das Highlight des Tages. Oh, Standing Laser. Oh, Tupcar mit dem Sub. Moin. Ja, danke für den Zell. Oh, der Up-Smash. Okay, Marius hat richtig Bock auf Game 5. Jawoll. Beendet das Spiel, bevor er oben aus dem Level fliegt. Crazy Town. Und es ist Even. Game 5. Für alle, die nicht wissen, was Game 5 ist, ist das letzte Game in diesem Set. Und das ist geil. Marius hat sich wieder zurückgekämpft, nachdem er 2-0 hinten lag, wieder vorne. Jetzt geht es darum, wer kann die Nerven behalten, mehr als wer ist der bessere Spieler, weil, to be honest, das ist das, wo wir als Smash-Community von Spaghetti reden. Wird genau jetzt gleich eintreten. Geiler, geiler Jab, um den Approach zu stoppen. Wieder Laser, wieder Even. Wie stehen wir? Wir spielen tatsächlich auf einer Wii, auf diesem Setup. Aber wir spielen auch viel auf echten Gamecubes. Wir spielen auf Röhren und auf Gamecubes. Und der Grund dafür ist, dass das tatsächlich einfach das Turnier-Setting ist. Es ist schwierig, auf einem besseren, moderneren Bildschirm genau das Timing vom Delay und so einzurichten. Etzke-Schmitzke ist im Chat. Ja, und es fühlt sich halt alles mal loszuspielen. Nice. Mit allen neuen Leuten. Naja, es kamen mal mehr. Oh, diese paar neuen Leute. Oh, what? Ja, ja. Ja, welcome, Leute. Na ja, wir sind schon. Oh, das Gemüse ins Gesicht für den Ausgleich. Wurde geradet, oder? Ja. Ja, nice. Ja, danke, Etzke. Jan sagt danke. Sickes Power-Shield. Oh, die Upsmashes sind so tight von Marius gerade. Er hat es zuerst so aussehen lassen. Das ist immer der Trick. Er hat gegen sich selbst gewettet, zuallererst. Und dann hat er gesagt, ich fühle mich nicht so gut und so. Und das ist natürlich psychologische Kriegsführung, das wissen wir alle. Und Marius als Psychologie-Profi hat es komplett durchschaut. Nein, Etzke im Grunde ist ja etwas weiter weg von hier aus. True. Ihr habt auch schon die anderen Etzke-Kandidaten verpasst, earlier. Wenn man Fan von Konstantin ist, dann ist das ganz gut so. Wenn man Fan von den anderen Leuten ist, dann schade. Let's go, Dennis. Für Dennis wird geroutet. Ja, Maske muss sein im Gebäude hier. Die wird nicht so ultra gut gelüftet. Dieser Up-Smash ist einfach immer an der Lash gegen mich auf. Ist das sein viertes Floaty-Set? Das sieht doch einfach so geil aus. Ja, schon. Naja, das ist leider super sick. Ja, aber es ist auch ein Jump Cancel und so. Es ist nicht trivialster Tag. Dafür, dass man echt gut spielen kann und auch Stomp-Nee nicht so oft treffen kann. Oh, das war so knapp davor. Er fischt halt nach diesem ganz soften Nähr. Die letzten, ja, er will es, er will es, wie der Up-Smash, er weiß es doch ganz genau. Genau, er kommt jetzt. Aber Jane Grab, Jane Grab ist die Art und Weise, wie Dennis das hier easy ausgleichen kann. Dennis ist der Peachy-Bug. Alles schon erklärt. Für unsere, okay. 135 Zuschauer, let's go. Yes, man. Oh, genau. Das ist der Ausgleich mit der Up-Air. Schön. Und jetzt, last stock, last game, aber Peach auf genau 100%. Und das ist gruselig. Und der Up-Air, gesmash die Eid. Oh, das ist so. Das ist so. Let's go. Das war sick. Oh mein Gott. Richtig geklatscht, Marius heute. Und da gibt's Applaus von allen Beteiligten. Das war krass. Das war sick. Da hat Marius richtig die Jets aufgeregt. Natürlich abschneiden.